Musik 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 Eine Krogge der deutschen Hanse. Ihre Flotten eroberten die Meere. Die glanzvollsten Metropolen Nordeuropas gehörten zu ihr. Von Island bis Venedig, von Brügge bis Russland reichte ihr Handelsnetz. Über 200 Städte schlossen sich dieser Supermacht des Geldes an. Die Hanse, ein Imperium von Kaufleuten, das unerbittlich seine Geschäfte verteidigte. Auch mit Gewalt. Wie Johann Wittenborg, der Bürgermeister von Lübeck gegen den Dänenkönig. Er befehligt die bisher größte Kriegsflotte der Hanse. Sein Ziel, das Reich von Waldemar IV. Vor der schwedischen Küste kommt es zum Showdown. Wittenborg und Waldemar. Der Konflikt zwischen Kaufmann und König um den Fortbestand eines Bündnisses, das jenseits von Landesgrenzen ein halbes Jahrtausend Europa prägte. Die deutsche Hanse. Wie kam es, dass eine Schar von Fernhändlern zu einer europäischen Supermacht wurde? Diese Straße war eine ihrer Lebensadern. Ständig bedroht von Raubrittern, die auf der Jagd waren nach einem der wertvollsten Stoffe des Mittelalters. Salz. Das weiße Gold aus den Salinen Lüneburgs ging von Lübeck aus in die Welt. Mit hohem Gewinn. Der Handel im Hanseverbund machte die Stadt und seine Bürger reich. So auch Hermann Wittenborg. Ein angesehener Lübecker Kaufmann. Sein Sohn Johann lernt schon früh das Geschäft kennen. Er wird später einmal die Geschicke der Hanse in der Hand halten. Setz die Segel! Wir laufen aus! Johann, die Männer müssen arbeiten. Komm, ich spiele mit den anderen Kindern. Ich mag aber lieber auf dem Schiff sein, Vater. Später. Wirst du die größten Schiffe der Welt fahren und deinen Vater sehr stolz machen, aber jetzt komm. Hermann Wittenborg ist angespannt. Schnell müssen die Ladung gelöscht und neue Waren an Bord verstaut werden. Time is money. Auch schon vor 700 Jahren. Seine Partner in Schweden und Norwegen warten dringend auf das Salz. Wo ist das Salz? Transport aus Lüneburg müsste längst hier sein. Die Hanse-Kaufleute versorgten Europa mit Waren aus der ganzen Welt und verdienten bei jedem Umschlag. Das war ihr Erfolgsmodell. Auch wenn jeder Transport ein Risiko war. Ein Reiter entkommt dem Überfall auf die Salzfracht und überbringt Wittenborg die schlechten Nachrichten hinter den sicheren Stadtmauern von Lübeck. Der gemeinsame Schutz der Transportwege verbannt die ersten Kaufleute im 12. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Hanse. Nach und nach ertrotzen sich die Männer Handelsprivilegien. In Lübeck, dem Haupt der Hanse, laufen die Fäden zusammen. Ein Netzwerk des Geldes. Die alten Salzspeicher an der Trawe und das Holstentor zeugen von Macht und Mammon. Lübeck hatte einen kometenhaften Aufstieg, weil aufgrund seiner Lage der gesamte Handelsverkehr zwischen Ost- und Westeuropa über diese Stadt laufen musste. Lübeck war die erste deutsche Stadtgründung an der Ostsee. Verbunden mit den damaligen Welthandelsplätzen im Osten Gotland und Nofgort, gen Westen Flandern und London, gen Süden Köln-Nürnberg bis nach Venedig. Lübeck saß wie eine Spinne im Netz. Wittenborgs Heimatstadt bot mit ihren Verbindungen zum Meer und Binnenland extreme Vorteile. Das erkannte schon der legendäre Sachsenherzog Heinrich der Löwe, der die Stadt im 12. Jahrhundert in Besitz nahm und mit weitgehenden Rechten und Freiheiten ausstattete. Lübeck wurde zur Boomtown. Immer mehr Kaufleute, immer mehr Städte schlossen sich dem mächtigen Bündnis an. Die Gründung Lübecks war im Grunde genommen der Startschuss für die Geschichte der Hanse. Denn mit dieser deutschrechtlichen Stadt hatten die niederdeutschen Kaufleute ihren ersten Hafen an der Ostsee, wo sie nach eigenem Recht leben konnten. Und sie blieben dabei nahezu unbehelligt. Die deutschen Kaiser beschäftigten sich mehr mit Italien und dem Papsttum. Ideale Bedingungen also, damit sich die Hanse als heimliche Macht entwickeln konnte. Zusammengeschlossen zu einem einzigen Zweck. Profit. Hermann Wittenborg kennt die Spielregeln. Er muss das durch den Überfall verlorene Salz teuer bei einem anderen Händler erwerben, damit er seinen guten Namen behalten kann. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, obwohl euer Salz teurer als Gold ist. System weiß ich gut. Aber dafür kann er liefern, seine Verträge einhalten. Ehre in gelufen, Ehre und Glaubwürdigkeit ist der Grundsatz der hansischen Kaufleute, das Fundament ihrer Geschäfte. Auf die Kaufmannsehre. Zum Abschluss des Handels gibt es für alle einen kräftigen Schluck aus der eigenen Brauerei. Und merkt ihr, mein Junge, ein ehrenwerter Kaufmann durch niemals sein Wort. Johann soll einmal die Geschäfte übernehmen. So entstehen in den Hansestädten Kaufmannsdynastien, Patrizia-Familien, die Heeren der Hanse. Damit Hermann Wittenborg bei all den Transaktionen auch nach zwei Bechern nicht den Überblick verliert, trägt er die Vorgänge in ein Handelsbuch ein. Das Handelsbuch, das sein Sohn Johann weiterführte, ist im Original erhalten. Hüter dieses Schatzes ist der Lübecker Historiker Rolf Hammel-Keso. Er versucht, das Puzzle vom Aufstieg und rätselhaften Fall des Johann Wittenborg zu entschlüsseln. Seine Geschäfte sind hier auf Schilling und Pfennig vermerkt. Die erledigten durchgestrichen. Von geschätzten 20.000 Rechnungsbüchern des Mittelalters sind nur 20 erhalten. Das älteste ist das der Wittenborgs. Der Grund für den Sensationsfund? Das Buch wurde zu Johanns Lebzeiten vom Rat beschlagnahmt. Was war faul im Fall Wittenborg? Anno 1320 wird Johann Wittenborg in der Johannesstraße 9 in Lübeck geboren. Aber das Haus steht nicht mehr. Am Palmsonntag 1942 zerstören britische Bomber die ältesten Teile der Stadt. Neben Wittenborgs Geburtshaus auch die Marienkirche. 2010 bietet sich den Archäologen der Hanse eine einmalige Chance. Ein Schulgebäude aus den 1960er Jahren wird im Zentrum Lübecks abgerissen. Darunter finden sich wie in einer Zeitkapsel verwahrt die Fundamente des alten Stadtviertels aus dem Mittelalter. Es ist die größte Grabung zur Geschichte der Hanse. Eine Fläche von 9000 Quadratmetern wird bis zur letzten Ecke untersucht. Über drei Meter tief. Die Wissenschaftler dringen in Fundschichten des 12. Jahrhunderts vor. Ein Drainagegraben. Die Entwässerung hielt die Häuser trocken und sauber. Lübecks Abwassersystem, die Trennung zwischen Schmutz und Trinkwasser, war ein Quantensprung im Mittelalter. Zeugnis von Fortschritt und Reichtum der Hansestadt. Doch das Schönste für Archäologen sind Kloaken. Das Team um Professor Manfred Gläser gräbt hier besonders gern. Denn im modrig-feuchten Milieu erhalten sich viele Funde. Wie diese Ledersohle. Den Schuh dazu trug einer der ersten Siedler. Denn... Wir befinden uns hier mitten im Gründungsviertel. Das heißt also dem Bereich, den die ersten Kolonisten 1143 antrafen. Also hier ist wirklich die Keimzelle der Hanse. Hier hat sich der spätere, mächtige Hansebund gegründet. Hier sind die ersten Siedler eingetroffen und haben begonnen, ihre Häuser zu bauen. Und deren Grundrisse und Baustrukturen, sogar ganze Straßenzüge, werden wieder sichtbar. Die Keller, wo die Waren lagerten, bergen eine Überraschung. Die Fußbodenplatten sind aus Kalkstein, von der heute schwedischen Insel Gotland. Nicht aus dem nahen Segeberg. Schiffe waren damals das billigere Transportmittel. Und die versorgten die wohlhabenden Bürger der Hansestädte. Ein regelrechter Bauboom setzte ein. Steinreich war man im Mittelalter, wenn man sich Steingebäude leisten konnte. Gotländer Stein wurde auch beim Bau der Lübecker Marienkirche verwendet. Selbst für den Mörtel. Das höchste Backsteingewölbe der Welt nimmt es mit den Kathedralen Frankreichs auf. Ein stolzes Symbol städtischer Freiheit. Die psychologische Wirkung der Marienkirche für die Bürger der damaligen Zeit muss ungeheuerlich gewesen sein. Die normalen Menschen waren Holzhäuser gewohnt, höchstens Fachwerkebäude. Und kamen nun in einen riesigen, steingebauten Raum. Das alles muss einen Eindruck gemacht haben, den wir heute nicht beschreiben können. Die Kirche der Kaufleute. Eine Kathedrale des Reichtums. In diesen Stühlen saßen die Ratsherren. Und hier wurde Johann Wittenborg getauft. In den Taufstein passen 406 Liter. Exakt so viel wie in ein hansisches Bierfass. Genau über den Plätzen der Ratsherren befindet sich noch heute ein höchstgeheimer Raum. Hinter den mit sieben Schlössern gesicherten Türen liegt die Trese, der Tresor der Stadt. Hier verwahrte der Rat seine Urkunden. Einmal sogar die dänische Krone als Pfand. Seine Finanzkraft verlieh dem Kaufmanns- und Städtebund auch politischen Einfluss. Ihr weites Handelsnetz hatte die Hanse stark gemacht. Johann Wittenborg wird vom Vater früh in die weite Welt geschickt. Schaut her, der feinde Kaufmannssohn. Können wir uns wieder die Pfeche. So was angerückt, taucht er ja auch nicht. Eine harte Schule für die jungen Hanse-Kaufleute. Doch die gehörten zu einer Elite, die zusammenhielt. Hier, nehmt und trinkt. Dann wird es euch besser gehen. Sie lernten Schreiben, Rechnen und Sprachen. Und den Umgang mit der Waffe. Achtet nicht auf die anderen. Sie wissen es nicht besser. Danke. Ihr seid sehr freundlich, Herr. Warendorf. Wohn Warendorf. Johann Wittenborg. So beginnt eine Freundschaft, die auch später in schwierigen Zeiten halten wird. Doch erst einmal wartet das große Abenteuer Gotland auf die beiden. Die Insel mitten in der Ostsee ist das Drehkreuz für den lukrativen Umschlag des Fernhandels von Ost nach West und umgekehrt. Die beiden Lübecker Jungkaufleute sind genau am richtigen Platz. Die alte Hansestadt Wiesbüh mit ihren 48 Wehrtürmen ist ein Zentrum der Globalisierung. Die deutschen Kaufleute haben Handelsprivilegien und eigenes Recht. Besonders lohnend ist der Kontakt nach Osten zu den begehrten Pelzen aus Russland. Das gefällt den dänischen Konkurrenten gar nicht, wie auch Johann Wittenborg bald spürt. Neben dem deutschen Viertel in einer Kaschemme. Wein aus Köln und Lübsches Bier fließen in Strömen. Man vergnügt sich. Die kleinen Freuden des Lebens in der Fremde. Auch die beiden jungen Lübecker haben sich inzwischen an die raue Männergesellschaft gewöhnt. Doch Brun Warendorp hat an diesem Abend keine gute Nachricht für seinen Freund. Johann! Johann, ich muss euch brechen! Brun, seid ihr das Wahnsinn? Johann, es ist er dringend! Euer Vater! Mein Vater wird sehr stolz, wenn ich diesen dänischen Logen in seine Fälle abknallt. Johann, euer Vater ist auf vier Tagen verstorben. Mein Bote, brachte mir die Nachricht. Gerade 17-jährig verliert Johann seinen Vater. Jetzt muss er in die Verantwortung. Eigenständig die Geschäfte auch mit den vier Auslandskontoren führen. Den wichtigsten Außenposten der Hanse. Mit eigenem Recht. Im Osten das russische Novgorod, das Tor zu Pelzen und Wachs. Und Importeur für viele Luxusgüter. Bergen ganz im Norden. In der spektakulären Fjordlandschaft Norwegens lag das Kontor Tüske Brüggen, noch heute die Deutsche Brücke genannt. Stockfisch war der Verkaufsschlager aus Bergen, der die Händler auf manches verzichten ließ. Nur Männer durften in dem Kontor leben. In spitzen Zeiten arbeiteten dort bis zu 2000 deutsche Kaufleute, meistens Junggesellen. Auch in London, direkt an der Themse, besaß die Hanse ein streng organisiertes Kontor. Ein Außenposten mitten im Zentrum der Macht, in der Nähe des Towers. Frauen war der Zutritt verboten. Mit Wolle und Wein machten die deutschen Kaufleute hier ihre Geschäfte, privilegiert vom englischen König. Das Finanzkräftigste der vier Hansekontore war Brügge in Flandern. Der starke Hansebund konnte auch hier enorme Vorteile für seine Mitglieder aushandeln. Brügge hatte die erste Wall Street der Welt. Vor dem Sitz der Familie Börse wurden Geld und Anleihen gehandelt. Der Geburtsort der heutigen Börse. Das prächtige Haus der Osterlinge. So wurden die Hansen genannt, die Deutschen aus dem Osten. Die Hansekaufleute verdienten insbesondere eben im Austausch über den Fernhandel sehr stark. Sie konnten also Waren relativ kostengünstig, meistens Massenwaren aus dem Ostseeraum exportieren. Und bekamen im Gegensatz dafür Luxusgüter aus dem Westen, zum Beispiel Tuche aus Flandern. Und hier lag die Gewinnspanne relativ hoch. Man hat also ausgerechnet, was war der Gewinn eines solchen Geschäftes. Man kommt also auf Verträge von 15 bis 20 Prozent bei den einzelnen Geschäften. Der Fernhandel machte Wittenborgs Heimat Lübeck reich. Im Schatten der Marienkirche tauchen immer mehr Funde auf. Aus dem Imperium der Kaufleute. Eine Perlenkette aus spanischem Granat. Venezianische Gläser. Ein holländischer Teller mit deftigem Motiv. Gefunden in den Kloaken des Gründerviertels. Die Lübecker Kloaken sind die Schatzgruben der Lübecker Archäologie. Es gibt nirgendwo so viele Kloaken, so große Kloaken, so fundreiche Kloaken. Mit den Funden aus den Kloaken können wir den mittelalterlichen Alltag rekonstruieren. Wir können sagen, wie haben die Leute gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie angezogen, womit haben sie gespielt. Und sie beweisen, die Hanse war ein Global Player. Bernstein-Funde, das Gold der Ostsee. Das Rohmaterial wurde hier zu Perlen veredelt. Luxusartikel wie Rosenkränze aus Bernstein waren im frommen Mittelalter der Bestseller in ganz Europa. Bernstein kam vor allem von der Samenlandküste. Das lukrative Monopol für die Gewinnung sicherte sich der deutsche Ritterorden. Mit Feuer und Schwert missionierte er das Volk der Prussen. Das eroberte Land, das spätere Preußen, ist für die Hanse als neuer Markt hochinteressant. Die Marienburg im heutigen Polen. Der Hauptsitz des deutschen Ordens. Von hier aus kontrollierte er den Warenhandel an Weichsel und Memel. Das Gebiet war bald eine Kornkammer für den gesamten Hanseraum. Aus den Kreuzrittern wurden mit der Zeit Geschäftsleute. Die Eroberung und Kolonisierung Preußens war ein Glücksfall für die Hanse, sagt der Hamburger Professor Jürgen Sarnowski. Das Erfolgsmodell bekam einen neuen Schub. Auf den Schiffen der Hanse werden Waren, Waffen und Siedler transportiert. Die Eroberung Preußens durch den deutschen Orden, die Entstehung des Ordenslandes und vor allem die Entstehung eines Städtenetzes in Preußen, schuf einen großen neuen Wirtschaftsraum, der eine wichtige Bedeutung für die Hanse erlangte. Bier von der Wittenburgschen Brauerei wird zu einem Exportschlager ins Land der Ordensritter. Auch Tuche aus Brügge und Stockfisch aus Bergen. Denn aufgrund des kirchlichen Fastengebots gibt es an rund 160 Tagen im Jahr Fisch. Bezahlt werden die Waren mit Bernstein. Auch das Handelshaus Wittenburg expandiert dank des neuen Wirtschaftsraums an der Weichsel. Die Geschäftsverbindungen zwischen den Ordensrittern und Lübeck laufen glänzend. Wittenburg zählt jetzt zu den Herren der Hanse. Nun fehlt nur noch eine standesgemäße Braut. Nichts leichter als das für den Aufsteiger. Der junge Wittenburg heiratet Elisabeth von Bardeweg, Tochter eines Ratsherrn. Und erhält damit Zutritt in die politische Elite. Mit gerade einmal 30 wird er Ratsherr. Aber Wittenburg will mehr. Und kommt wenige Jahre später für eine der machtvollsten Positionen Europas in Frage. Johann Wittenburg, nehmt ihr die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Lübeck an? Ich nehme sie an. Und schwört ihr bei Gott, unserer Stadt und dem hier anwesenden Rat stets treu zu dienen? Ich schwöre. Johann Wittenburg. Somit ernenne ich euch hiermit zum Bürgermeister der Stadt Lübeck. Der Lübecker Bürgermeister war einer der angesehensten Männer seiner Zeit. Erster Gratulant ist der Freund aus gutländer Tagen, Brun Warendorf. Herr Bürgermeister Wittenburg, meine aufrichtige Anerkennung. Ich danke euch, mein treuer Freund. Möge euch Gott die Kraft für alle Prüfungen geben. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Brun Warendorf soll mit seiner Vorahnung Recht behalten. Der Reichtum der Kaufleute weckt Begehrlichkeiten. Und ruft einen König auf den Plan, der fette Beute machen will. König Waldemar von Dänemark möchte sein Land zu einstiger Größe führen und die Privilegien der Hanse kappen. Mit einer starken Flotte rüstet er für die Rückeroberung dänischer Ansprüche. Seine Landsleute nennen ihn Atterdark. Über die Herkunft dieses Beinam Atterdark wissen wir gar nicht so genau Bescheid. Es gibt Vermutungen, dass Atterdark auf Dänisch so viel wie was für ein Tag oder was für ein neuer Tag bedeutet. Das heißt also, was für eine neue Zeit bricht heran mit dem Machtantritt Waldemars. Waldemar Atterdark fordert die Hanse heraus. Der Dänenkönig hat es auf das strategisch wichtige Gotland abgesehen. Mit seiner größten Stadt und Mitglied im Hanseverbund, Wispü. Wer die Insel kontrolliert, kontrolliert auch den Handel mit dem Osten. Und hat Zugriff auf die Silberschätze von Gotland. Die Lage der Hanse spitzt sich dramatisch zu. Und jetzt kommt alles auf die Anführer der beiden Kriegsgegner an. Herr Wittenborg. Wir haben Gotland erreicht, mein König. Waldemar, hat du morgen Grauen Gotland erreicht? Waldemar, ab diesem Moment hat Dänemark lange erwarten müssen. Er wird es nicht wagen, Wispü anzugreifen. Wenn wir Wispü angreifen, dann bedeutet das Krieg. Das wird die Hanse niemals zulassen. Na, ihr kennt ihn nicht. Was seid ihr für ein Ritter? Habt Angst vor Krämen? Bringt mir mein Schwert. Mein König. Waldemar trifft mit seinem bis an die Zähne bewaffneten Söldner her auf das hastig zusammengewürfelte Aufgebot der Gotländer. 2000 Bauern fallen vor den verschlossenen Toren der Stadt Wispü. Am Ort der Schlacht erinnert das Waldemar-Kreuz an das Blutbad von 1361. Ebenso wie diese Schädel der Opfer. Vor dem Südtor werden seit 1905 Massengräber freigelegt. Die Fotos der Ausgrabungen zeigen das fürchterliche Ausmaß des Gemetzels. Heute werden die alten Knochen im Labor der Universität Wispü neu untersucht. Sie offenbaren, wer sich dem dänischen König in den Weg stellte. Da waren zu viele ganz junge Menschen dabei und viele alte. Auch Verkrüppelte mit schweren Erkrankungen im Rücken, in den Armen und Beinen, wie wir festgestellt haben. Jeder scheint gekommen zu sein, um die Invasion der Dänen zu stoppen. Jeder, nur die reiche Stadtbevölkerung nicht. Die Einwohner von Wispü beobachten mitleidslos von den Zinnen aus die Schlacht ihrer Landsleute. Sie kommen mit der Kapitulation davon, retten so ihr Leben und die alte Hansestadt vor Brandschatzung und Vernichtung. Der siegreiche Dänenkönig fordert einen hohen Tribut. Drei große Tonnen mussten die Wispüer Bürger mit Gold und Silber füllen, so berichtet die Überlieferung. Waldemar machte Dänemark wieder stark. Doch zu welchem Preis? Mit der Eroberung Gotlands und der Einnahme Wispys, einer der ältesten Hansestädte, war für die Hanse das Fass übergelaufen. Wispü gefallen, die Dänen auf dem strategisch wichtigen Punkt. Ein genau austariertes Netzwerk ist empfindlich gestört. Jetzt darf die Hanse keine Schwäche zeigen. Das ist die Stunde des Bürgermeisters Johann Wittenborg. Der Kaufmann wird zum Krieger. Meine Herren, meine Herren, wir sind uns alle der Lage bewusst. Es gibt keine Alternativen. Euer Mut ehrt euch, Wittenborg. Aber zuerst sind wir Kaufleute und keine geübten Krieger. Gotland war nur der Anfang. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird Waldemar dafür sorgen, dass wir bald nicht mehr handeln können. Selbst wenn ihr Recht hättet. Ein Krieg ist aber teuer. Und wer soll das bezahlen? Die Dänen. Und zwar jede Mark, die wir aufwenden, doppelt und dreifach. Bei Gott. Das schwöre ich. Die Hansestädte führten sehr ungern Krieg, weil Krieg in zweierlei Hinsicht eine Störung bedeutete. Krieg störte den Handel. Die normalen Handelsrouten konnten nicht mehr befahren werden. Und zum anderen verursachte er erhebliche Kosten. Schon die Ausrüstung von sogenannten Friedeschiffen schlug immer mit erheblichen Summen zu Buche. Doch Wittenborg setzt sich durch. Die Hansestädte rüsten mit Bürgern und Söldnern eine Flotte aus. 27 Koggen und fast 3000 Mann stehen unter dem Befehl des Lübecker Bürgermeisters. Brun Warendorp ist einer der Truppenführer. Ende April 1362 nimmt die Flotte Kurs auf Helsingborg. Mit der Festung an der heute schwedischen Küste kontrolliert Waldemar das Nadelöhr zwischen Ostsee und Nordsee. Sie wird zum Ort der Entscheidungsschlacht. Bürger gegen König. Der mächtige Burgturm mit seinen meterdicken Mauern ragt noch heute hoch über den Öresund. Von hier schaut man auf die enge Durchfahrt und das gegenüberliegende dänische Helsingöhr. Wittenborg gelingt es, schwere Belagerungsmaschinen auf feindlichem Gebiet auszuladen. Die Blieben. Durch Treträder werden die Wunderwaffen des Mittelalters gespannt. Die Munition? 30 Kilo schwere Steine, die bis zu 300 Meter weit geschleudert werden können. Die Hanse belagert zwölf Wochen die dänische Feste. Und dann macht der Lübecker Wittenborg den entscheidenden Fehler. Er beordert immer mehr Soldaten von den Schiffen an Land und sucht so die Entscheidung. Waldemar als kriegserfahrener dänischer Monarch erkennt sofort seine Chance, packt zu und greift die hansische Flotte in der Ostsee an. König Waldemar lauert schon seit Tagen mit seiner Flotte in einem der verwinkelten Fjorde. In der Nacht kann er sich heimlich nähern. Auf den Hanseschiffen ist nur eine Restbesatzung als Wachmannschaft zurückgeblieben. Ein schwerer, taktischer Fehler des deutschen Kommandanten. Die Besatzung ist sorglos. Den Feind wehnt man hinter dicken Mauern. Im Handstreich erobert Waldemar zwölf Kocken. Die Gefangenen werden als Geiseln genommen. Der Krieg gegen Dänemark ist verloren. In der Festung Helsingborg kommt es zur bislang schwersten Stunde für den stolzen Bürgermeister. Er muss kapitulieren. Bürger, Söldner und mehrere Ratsherren sind in dänischer Hand. Der siegreiche König diktiert die Bedingungen. Wittenborg muss dem Waffenstillstand zustimmen, um mit dem Rest seiner Flotte und den Gefangenen nach Lübeck zurückkehren zu können. Der Waffenstillstand wird teuer erkauft. Mit dem Siegel akzeptiert er astronomisch hohe Lösegeldforderungen. Und das mögen Kaufleute gar nicht. Es ist die bis dahin schwerste Niederlage des so erfolgreichen Hansebundes. Die Kapitulation besiegelt auch das Schicksal des Johann Wittenborg. Krämer besiegen keine Könige. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden mächtigsten Männer des Nordens, hier in der Königsfeste, wird für den Bürgermeister Lübecks zu einer Demütigung. Die Auswirkungen der Niederlage für die Hanse waren natürlich enorm. Sie mussten für die Gefangenen ein horrendes Lösegeld zahlen. Sie hatten einen enormen Ansehensverlust. Zum anderen waren die Probleme, die zum Krieg geführt hatten, ungelöst. Die Situation in Schoen, wie eben auf Gutland, hatte sich damit nicht verbessert. Durch den Triumph der Dänen sind die Profite der Hanse weiterhin gestört. Bei der Rückkehr der besiegten Männer nach Lübeck passiert etwas Merkwürdiges. Wittenborg wird in Ketten gelegt. Ohne Nennung von Gründen und Anklagepunkten. Sein treuer Freund Brun Warendorp ist fassungslos. Warum? Niemand erfährt die Begründung für die Verhaftung. Der Rat ist eine Mauer des Schweigens. Wittenborg wird handstreichartig zum Tode verurteilt. Ein mittelalterlicher Krimi. Die Hinrichtung von Johann Wittenborg nach seiner Rückkehr nach Lübeck ist eigentlich etwas Ungewöhnliches. Mittelalterliche Herführer wurden in der Regel nicht mit dem Tode bestraft, wenn sie eine Niederlage erlitten hatten. Wir können also vermuten, dass hier andere Ursachen dahinter stehen. Wenn es nicht um das militärische Versagen ging, worum dann? Das Handelsbuch von Johann Wittenborg. Es ist nur erhalten, weil der Rat es damals konfiszierte. Aber warum? Gibt es Anhaltspunkte für die mysteriöse Hinrichtung? Zwei Blätter wurden fein säuberlich herausgetrennt. Zu dem betreffenden Zeitraum fehlen auch die Seiten im Lübecker Stadtbuch. Wir wissen nicht, wer das Beweismaterial vernichtet hat. Ob er selber oder Mitwisser im Rat. Auf jeden Fall steht fest, dass etwas ganz Gravierendes passiert sein muss, aufgrund dessen er dann hingerichtet wurde. Und das könnte im Handelsbuch entlarvt werden. Eindeutig ist der Fall bis heute nicht gelöst. Doch es gibt Indizien. Verschleierte Gewinne bei Kreditgeschäften. Statt der üblichen 6% hat Wittenborg bis zu 35% Zins verlangt. Macht das ein ehrbarer Kaufmann? Mit diesen Wucherzinsen verschließ er gegen den Ehrenkodex der Kaufmannschaft. Auf Wucher stand kirchlicherseits die Todesstrafe. Die Kirche könnte auch direkt verwickelt gewesen sein. Es gibt Hinweise, dass Wittenborg die enge Treppe hinauf zur Trese der Marienkirche nicht nur erklommen, um Papiere des Rats sicher zu verwahren. Er soll sich als Provisor an Kirchengeld anbereichert haben. Ein Kapitalverbrechen im hochreligiösen Mittelalter, das auf keinen Fall bekannt werden durfte. Das ganze Netzwerk der hansischen Kaufmannschaft wäre gefährdet. Sollte Wittenborg tatsächlich in das Kirchenvermögen gegriffen haben, war dies ein ganz schwerer Verstoß gegen die moralischen Vorstellungen oder auch den Ehrenkodex mittelartiger Kaufleute. Ihr Handel beruhte ja gerade auf gegenseitigem Vertrauen. Ehre und Gelove. Ehre und Glaubwürdigkeit war das Fundament der Hansegeschäfte. Auf die Kaufmannsehre. Wer dagegen verstieß, wurde geächtet und war nicht mehr kreditwürdig. Und merkte mein Junge, ein ehrenwerter Kaufmann durch niemals sein Wort. Und gar ein Bürgermeister, der sich Wucher und Unterschlagungen schuldig machte. Das durfte nicht nach außen dringen. Der Verdacht liegt nahe, dass es ein politisches Urteil war. Ohne offizielle Begründung wird Bürgermeister Wittenborg 1363 auf dem Markt zu Lübeck öffentlich enthauptet. Brun Warendorp ist in seiner schwersten Stunde bei ihm. Kümmern euch und meine Familie. Mein freier Freund. Wittenborg hinterlässt seine Frau Elisabeth und sechs Kinder. Der alte Gefährte bekommt noch einen Auftrag. Kümmern euch und kümmert euch um Waldemar. Diesen letzten Wunsch wird Brun ihm erfüllen. Seine Frau Elisabeth wird über den Tod hinaus zu ihm halten. Als man ihm ein ehrenvolles Grab verwehrt, wird sie sich neben ihm bestatten lassen. Das Schicksal will es, dass der Freund aus Jugendtagen sich nicht nur um Johanns Familie kümmert. Als neuer Bürgermeister wird er zum Kommandanten des sogenannten Zweiten Waldemarkrieges ernannt. Kann er Rache nehmen für den unglücklichen Freund? In Köln vereinbaren die Hansestädter einen Pfundzoll zur besseren Finanzierung des erneuten Krieges. Hinter diesen Fenstern des Rathauses wird beschlossen, das Problem Waldemar endgültig zu lösen. Und diesmal steht die Koalition der Dänengegner zu ihrem Wort. Denn alle leiden unter den Überfällen des maßlosen Dänenkönigs auf ihrer Handelsschiffe. Ruhn Warendorp hat vermutlich die ersten Feuerwaffen an Bord seiner Kriegsflotte. Die reiche Hanse konnte sich diese neuen Hightech-Waffen des Mittelalters leisten. Dänemark wird eingenommen. Letztes Ziel ist Helsingborg, das Nadelöhr zur Nordsee. Diesmal ergibt sich die Festung der Übermacht. Der Bürger siegt über den König. Das Imperium des Geldes konnte am Ende mehr Ressourcen mobilisieren als der Monarch. Doch der Sieg kostet Brun Warendorp das Leben. Hier in der Marienkirche ist er bestattet. In den letzten Kriegstagen war er vor Helsingborg gefallen. Mit dem Sieg über Waldemar hatte die Hanse einen der mächtigsten Könige in Europa niedergerungen. Stand also politisch gesehen im Zenit ihrer Macht. In der Hansestadt Stralsund, im Rathaus mit der prächtigen Fassade, manifestiert sich der Triumph der Krämer, die Waldemar Atterdark so verspottet hatte. Im Frieden von Stralsund erhielt die Hanse ihre Privilegien zurück und ein Mitspracherecht bei der Nachfolge auf den dänischen Thron. Ein Dokument, das in zwei Kriegen teuer erkauft wurde, das zwei Lübecker Bürgermeister das Leben kostete, das aber den Städtebund zur Großmacht in Nordeuropa erhob. Der Vertrag von Stralsund, besiegelt von den Fürsten und Städten, gilt als Höhepunkt in der Geschichte der Hanse. Ein Friedensvertrag zwischen einem Königreich und dem aufkommenden Bürgertum. Hier stehen sich also zum ersten Mal die Einwohner, die Bürger von Städten, nahezu gleichberechtigt Königen gegenüber. Als kurz danach Kaiser Karl IV. Lübeck besucht, spricht er die fast erschrockenen Ratsmänner mit ihr Herren an. Das gab es noch nie. 600 Jahre später findet ein Baggerfahrer im Erdreich Lübecks einen Schatz mit tausenden Gold- und Silbermünzen in verschiedenen Währungen. Es war nur die Wechselkasse eines Kaufmanns. Der freie Handel über die Meere hat die Hanse über Jahrhunderte einzigartig gemacht und reich. 500 Jahre prägte sie Europa. Sogar der englische König verpfändete seine Krone einem Hansekaufmann aus Dortmund. Was war ihr Geheimnis? Das Besondere an der Hanse war, dass sich zwar nie feste Strukturen entwickelten, also keine feste Leitung, kein fester Sitz, keine Verfassung, keine gemeinsamen Einnahmen, selbst kein gemeinsames Siegel, dass trotzdem aber immer wieder gemeinsam gehandelt wurde, dass man also in der Lage war, die Rechte der Kaufleute quer über Europa erfolgreich durchzusetzen. Aus einer losen Schar von Fernhändlern war sie entstanden, die Kaufmanns- und Städtehanse. Zum ersten Mal agierten deutsche Kaufleute nach außen als eine einheitliche Gemeinschaft. Das machte sie stark. Auch gegenüber Kaisern und Königen. Über Grenzen hinweg, mit eigenem Recht. Eine Art europäische Wirtschaftsgemeinschaft, deren Mitglieder zum gegenseitigen Nutzen kooperierten. Eine Win-Win-Situation. Unerbittlich, aber auch visionär. Die Hanse war ein Wirtschaftsimperium, das Europa prägte. Von Lübeck aus eroberte das Kaufmanns-Imperium ganz Nordeuropa. Doch es bewies Augenmaß. Nicht um Territorialgewinne ging es dem Städtebund, sondern um Handel in Frieden. War die Hanse ein Wegbereiter für das heutige Europa? Die Hanse war sicherlich in gewisser Hinsicht ein Vorbild für die Europäische Union. Insofern hier eben über große Strukturen Dinge gemeinschaftlich organisiert waren. Ihre Geburtsstätte lag auf der Ostsee. Ihr größter Propagandakuh war der gemeinsame Name, den sie sich gab. Die Dudische Hänse. Die Deutsche Hanse. Teller mit deftigem Motiv. Gefunden in den Kloaken des Gründerviertels. Die Lübecker Kloaken sind die Schatzgruben der Lübecker Archäologie. Es gibt nirgendwo so viele Kloaken, so große Kloaken, so fundreiche Kloaken. Mit den Funden aus den Kloaken können wir den mittelalterlichen Alltag rekonstruieren. Wir können sagen, wie haben die Leute gelebt, was haben sie gegessen, was haben sie angezogen, womit haben sie gespielt. Und sie beweisen, die Hanse war ein Global Player. Bernsteinfunde, das Gold der Ostsee. Das Rohmaterial wurde hier zu Perlen veredelt. Luxusartikel wie Rosenkränze aus Bernstein waren im frommen Mittelalter der Bestseller in ganz Europa. Bernstein kam vor allem von der Samenlandküste. Das lukrative Monopol für die Gewinnung sicherte sich der Deutsche Ritterorden. Mit Feuer und Schwert missionierte er das Volk der Prussen. Das eroberte Land, das spätere Preußen, ist für die Hanse als neuer Markt hochinteressant. Die Marienburg im heutigen Polen. Der Hauptsitz des Deutschen Ordens. Von hier aus kontrollierte er den Warenhandel an Weichsel und Memel. Das Gebiet war bald eine Kornkammer für den gesamten Hanseraum. Aus den Kreuzrittern wurden mit der Zeit Geschäftsleute. Die Eroberung und Kolonisierung Preußens war ein Glücksfall für die Hanse, sagt der Hamburger Professor Jürgen Sarnowski. Das Erfolgsmodell bekam einen neuen Schub. Auf den Schiffen der Hanse werden Waren, Waffen und Siedler transportiert. Die Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden, die Entstehung des Ordenslandes und vor allem die Entstehung eines Städtenetzes in Preußen, schuf einen großen neuen Wirtschaftsraum, der eine wichtige Bedeutung für die Hanse erlangte. Bier von der Wittenborgschen Brauerei wird zu einem Exportschlager ins Land der Ordensritter. Auch Tuche aus Brügge und Stockfisch aus Bergen. Denn aufgrund des kirchlichen Fastengebots gibt es an rund 160 Tagen im Jahr Fisch. Bezahlt werden die Waren mit Bernstein. Auch das Handelshaus Wittenborg expandiert dank des neuen Wirtschaftsraums an der Weichsel. Die Geschäftsverbindungen zwischen den Ordensrittern und Lübeck laufen glänzend. Wittenborg zählt jetzt zu den Herren der Hanse. Nun fehlt nur noch eine standesgemäße Braut. Nichts leichter als das für den Aufsteiger. Der junge Wittenborg heiratet Elisabeth von Bardeweg, Tochter eines Ratsherrn. Und erhält damit Zutritt in die politische Elite. Mit gerade... Sein Ziel, das Reich von Waldemar IV. Vor der schwedischen Küste kommt es zum Showdown. Wittenborg und Waldemar. Der Konflikt zwischen Kaufmann und König um den Fortbestand eines Bündnisses, das jenseits von Landesgrenzen ein halbes Jahrtausend Europa prägte. Die deutsche Hanse. Wie kam es, dass eine Schar von Fernhändlern zu einer europäischen Supermacht wurde? Diese Straße war eine ihrer Lebensadern. Ständig bedroht von Raubrittern, die auf der Jagd waren nach einem der wertvollsten Stoffe des Mittelalters. Das weiße Gold aus den Salinen Lüneburgs ging von Lübeck aus in die Welt. Mit hohem Gewinn. Der Handel im Hanseverbund machte die Stadt und seine Bürger reich. So auch Hermann Wittenborg, ein angesehener Lübecker Kaufmann. Sein Sohn Johann lernt schon früh das Geschäft kennen. Er wird später einmal die Geschicke der Hanse in der Hand halten. Setz die Segel, wir laufen raus! Johann, die Männer müssen arbeiten, komm, ich spiele mit den anderen Kindern. Ich mag aber lieber auf dem Schiff sein, Vater. Später, du wirst die größten Schiffe der Welt fahren und dein Vater sehr stolz machen, aber jetzt komm. Hermann Wittenborg ist angespannt. Schnell müssen die Ladung gelöscht und neue Waren an Bord verstaut werden. Time is money, auch schon vor 700 Jahren. Seine Partner in Schweden und Norwegen warten dringend auf das Salz. Wo ist das Salz? Uns Pater aus Lüneburg müsste längst hier sein. Die Hansekaufleute versorgten Europa mit Waren aus der ganzen Welt und verdienten bei jedem Umschlag. Das war ihr Erfolgsmodell, auch wenn jeder Transport ein Risiko war. Ein Reiter entkommt dem Überfall auf die Salzfracht und überbringt Wittenborg die schlechten Nachrichten hinter den sicheren Stadtmauern von Lübeck. Der gemeinsame Schutz der Transportwege verbannt die ersten Kaufleute im 12. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Hanse. Nach und nach ertrotzen sich die Männer Handelsprivilegien. In Lübeck, dem Haupt der Hanse, laufen die Fäden zusammen. Ein Netzwerk des Geldes. Die alten Salzspeicher an der Trawe und das Holstentor, Zeugen von Macht und Mammon. Lübeck hatte einen kometenhaften Aufstieg, weil aufgrund seiner Lage der gesamte Handelsverkehr zwischen Ost- und Westeuropa über diese Stadt lautet. Sein Ziel, das Reich von Waldemar IV. Vor der schwedischen Küste kommt es zum Showdown. Wittenborg und Waldemar. Der Konflikt zwischen Kaufmann und König um den Fortbestand eines Bündnisses, das jenseits von Landesgrenzen ein halbes Jahrtausend Europa prägte. Die deutsche Hanse. Wie kam es, dass eine Schar von Fernhändlern zu einer europäischen Supermacht wurde? Diese Straße war eine ihrer Lebensadern. Ständig bedroht von Raubrittern, die auf der Jagd waren nach einem der wertvollsten Stoffe des Mittelalters. Salz. Das weiße Gold aus den Salinen Lüneburgs ging von Lübeck aus in die Welt. Mit hohem Gewinn. Der Handel im Hanseverbund machte die Stadt und seine Bürger reich. So auch Hermann Wittenborg. Ein angesehener Lübecker Kaufmann. Sein Sohn Johann lernt schon früh das Geschäft kennen. Er wird später einmal die Geschicke der Hanse in der Hand halten. Setz die Segel! Wir laufen raus! Johann, die Männer müssen arbeiten. Komm, spiele mit den anderen Kindern. Mag aber lieber auf dem Schiff sein, Vater. Später. Willst du die größten Schiffe der Welt fahren und deinen Vater sehr stolz machen, aber jetzt komm. Hermann Wittenborg ist angespannt. Schnell müssen die Ladung gelöscht und neue Waren an Bord verstaut werden. Time is money. Auch schon vor 700 Jahren. Seine Partner in Schweden und Norwegen warten dringend auf das Salz. Wo ist das Salz? Transport aus Lüneburg müsste längst hier sein. Die Hansekaufleute versorgten Europa mit Waren aus der ganzen Welt und verdienten bei jedem Umschlag. Das war ihr Erfolgsmodell. Auch wenn jeder Transport ein Risiko war. Ein Reiter entkommt dem Überfall auf die Salzfracht und überbringt Wittenborg die schlechten Nachrichten hinter den sicheren Stadtmauern von Lübeck. Der gemeinsame Schutz der Transportwege verbannt die ersten Kaufleute im 12. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Hanse. Nach und nach ertrotzten sich die Männer Handelsprivilegien. In Lübeck, dem Haupt der Hanse, laufen die Fäden zusammen. Ein Netzwerk des Geldes. Die alten Salzspeicher an der Trawe und das Holstentor, Zeugen von Macht und Mammon. Lübeck hatte einen kometenhaften Aufstieg, weil aufgrund seiner Lage der gesamte Handelsverkehr zwischen Ost- und Westeuropa... Meine Herren, wir sind uns alle der Lage bewusst. Es gibt keine Alternativen. Euer Mut ehrt euch, Wittenborg. Aber zuerst sind wir Kaufleute. Und keine geübten Krieger. Gutland war nur der Anfang. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird Waldemar dafür sorgen, dass wir bald nicht mehr handeln können. Selbst wenn ihr Recht hättet. Ein Krieg ist aber teuer. Und wer soll das bezahlen? Die Dänen. Und zwar jede Mark, die wir aufwenden, doppelt und dreifach. Bei Gott. Das schwöre ich. Die Hansestädte führten sehr ungern Krieg, weil Krieg in zweierlei Hinsicht eine Störung bedeutete. Krieg störte den Handel. Die normalen Handelsrouten konnten nicht mehr befahren werden. Und zum anderen verursachte er erhebliche Kosten. Schon die Ausrüstung von sogenannten Friedeschiffen schlug immer mit erheblichen Summen zu Buche. Doch Wittenborg setzt sich durch. Die Hansestädte rüsten mit Bürgern und Söldnern eine Flotte aus. 27 Koggen und fast 3000 Mann stehen unter dem Befehl des Lübecker Bürgermeisters. Brun Warendorp ist einer der Truppenführer. Ende April 1362 nimmt die Flotte Kurs auf Helsingborg. Mit der Festung an der heute schwedischen Küste kontrolliert Waldemar das Nadelöhr zwischen Ostsee und Nordsee. Sie wird zum Ort der Entscheidungsschlacht. Bürger gegen König. Der mächtige Burgturm mit seinen meterdicken Mauern ragt noch heute hoch über den Öresund. Von hier schaut man auf die enge Durchfahrt und das gegenüberliegende dänische Helsingöhr. Wittenborg gelingt es, schwere Belagerungsmaschinen auf feindlichem Gebiet auszuladen. Die Blieben. Durch Drehträder werden die Wunderwaffen des Mittelalters gespannt. Die Munition? 30 Kilo schwere Steine, die bis zu 300 Meter weit geschleudert werden können. Die Hanse belagert zwölf Wochen die dänische Feste. Und dann macht der Lübecker Wittenborg den entscheidenden Fehler. Er beordert immer mehr Soldaten von den Schiffen an Land und sucht so die Entscheidung. Waldemar als kriegserfahrener dänischer Monarch erkennt sofort seine Chance, packt zu und greift die hansische Flotte in der Ostsee an. König Waldemar lauert schon seit Tagen mit seiner Flotte in einem der verwinkelten Fjorde. In der Nacht kann er sich heimlich nähern. Auf den Hanseschiffen ist nur eine Restbesatzung als Wachmannschaft zurückgeblieben. Eine Zeit muss ungeheuerlich gewesen sein. Die normalen Menschen waren Holzhäuser gewohnt, höchstens Fachwerkebäude. Und kamen nun in einen riesigen, steingebauten Raum. Das alles muss einen Eindruck gemacht haben, den wir heute nicht beschreiben können. Die Kirche der Kaufleute. Eine Kathedrale des Reichtums. In diesen Stühlen saßen die Ratsherren. Und hier wurde Johann Wittenborg getauft. In den Taufstein passen 406 Liter. Exakt so viel wie in ein hansisches Bierfass. Genau über den Plätzen der Ratsherren befindet sich noch heute ein höchst geheimer Raum. Hinter den mit sieben Schlössern gesicherten Türen liegt die Trese, der Tresor der Stadt. Hier verwahrte der Rat seine Urkunden. Einmal sogar die dänische Krone als Pfand. Seine Finanzkraft verlieh dem Kaufmanns- und Städtebund auch politischen Einfluss. Ihr weites Handelsnetz hatte die Hanse stark gemacht. Johann Wittenborg wird vom Vater früh in die weite Welt geschickt. Komm her, der feinde Kaufmanns Sohn. Jetzt wird er doch wieder die Späche. So was angeguckt kommt er ja auch nicht. Eine harte Schule für die jungen Hanse-Kaufleute. Doch die gehörten zu einer Elite, die zusammenhielt. Hier, nehmt und trinkt. Dann wird es euch besser gehen. Sie lernten Schreiben, Rechnen und Sprachen. Und den Umgang mit der Waffe. Achtet nicht auf die anderen. Sie wissen es nicht besser. Danke. Ihr seid sehr freundlich, Herr. Warendorf. Wohn Warendorf. Johann Wittenborg. So beginnt eine Freundschaft, die auch später in schwierigen Zeiten halten wird. Doch erst einmal wartet das große Abenteuer Gotland auf die beiden. Die Insel mitten in der Ostsee ist das Drehkreuz für den lukrativen Umschlag des Fernhandels von Ost nach West und umgekehrt. Die beiden Lübecker Jungkaufleute sind genau am richtigen Platz. Die alte Hansestadt Wiesbüh mit ihren 48 Wehrtürmen ist ein Zentrum der Globalisierung. Die deutschen Kaufleute haben Handelsprivilegien und eigenes Recht. Besonders lohnend ist der Kontakt nach Osten zu den begehrten Pelzen aus Russland. Das gefällt den dänischen Konkurrenten gar nicht, wie auch Johann Wittenborg bald spürt. Neben dem deutschen Viertel von Brügge bis Russland reichte ihr Handelsnetz. Über 200 Städte schlossen sich dieser Supermacht des Geldes an. Die Hanse, ein Imperium von Kaufleuten, das unerbittlich seine Geschäfte verteidigte. Auch mit Gewalt. Wie Johann Wittenborg, der Bürgermeister von Lübeck gegen den Dänenkönig. Er befehligt die bisher größte Kriegsflotte der Hanse. Sein Ziel, das Reich von Waldemar IV. Vor der schwedischen Küste kommt es zum Showdown. Wittenborg und Waldemar. Der Konflikt zwischen Kaufmann und König um den Fortbestand eines Bündnisses, das jenseits von Landesgrenzen ein halbes Jahrtausend Europa prägte. Die deutsche Hanse. Wie kam es, dass eine Schar von Fernhändlern zu einer europäischen Supermacht wurde? Diese Straße war eine ihrer Lebensadern. Ständig bedroht von Raubrittern, die auf der Jagd waren nach einem der wertvollsten Stoffe des Mittelalters. Salz. Das weiße Gold aus den Salinen Lüneburgs ging von Lübeck aus in die Welt. Mit hohem Gewinn. Der Handel im Hanseverbund machte die Stadt und seine Bürger reich. So auch Hermann Wittenborg. Ein angesehener Lübecker Kaufmann. Sein Sohn Johann lernt schon früh das Geschäft kennen. Er wird später einmal die Geschicke der Hanse in der Hand eilen. Setz die Segel, wir laufen aus! Johann, die Männer müssen arbeiten, komm, ich will mit den anderen Kindern. Ich mag aber lieber auf dem Schiff sein, Vater. Später, willst du die größten Schiffe der Welt fahren und deinen Vater sehr stolz machen, aber jetzt, komm. Hermann Wittenborg ist angespannt. Schnell müssen die Ladung gelöscht und neue Waren an Bord verstaut werden. Time is money, auch schon vor 700 Jahren. Seine Partner in Schweden und Norwegen warten dringend auf das Salz. Wo ist das Salz? Transport aus Lüneburg müsste längst hier sein. Die Hansekaufleute versorgten Europa mit Waren aus der ganzen Welt und verdienten bei jedem Umschlag. Das war ihr Erfolgsmodell, auch wenn jeder Transport ein Risiko war. Ein Reiter entkommt dem Überfall auf die Salzfracht und überbringt Wittenborg die schlechten Nachrichten hinter den sicheren Stadtmauern von Lübeck. Der gemeinsame Schutz der Transportwege verbannt die ersten Kaufleute im 12. Jahrhundert. Der Grundgedanke der Hanse. Nach und nach ertrotzten die Entstehung des Ordenslandes und vor allem die Entstehung eines Städtenetzes in Preußen, schuf einen großen neuen Wirtschaftsraum, der eine wichtige Bedeutung für die Hanse erlangte. Bier von der Wittenborgschen Brauerei wird zu einem Exportschlager ins Land der Ordensritter. Auch Tuche aus Brügge und Stockfisch aus Bergen. Denn aufgrund des kirchlichen Fastengebots gibt es an rund 160 Tagen im Jahr Fisch. Bezahlt werden die Waren mit Bernstein. Auch das Handelshaus Wittenborg expandiert dank des neuen Wirtschaftsraums an der Weichsel. Die Geschäftsverbindungen zwischen den Ordensrittern und Lübeck laufen glänzend. Wittenborg zählt jetzt zu den Herren der Hanse. Nun fehlt nur noch eine standesgemäße Braut. Nichts leichter als das für den Aufsteiger. Der junge Wittenborg heiratet Elisabeth von Bardeweg, Tochter eines Ratsherrn. Und erhält damit Zutritt in die politische Elite. Mit gerade einmal 30 wird er Ratsherr. Aber Wittenborg will mehr. Und kommt wenige Jahre später für eine der machtvollsten Positionen Europas in Frage. Johann Wittenborg, nehmt ihr die Wahl zum Bürgermeister der Stadt Lübeck an? Ich nehme sie an. Und schwört ihr bei Gott, unserer Stadt und dem hier anwesenden Rat stets treu zu dienen? Ich schwöre. Johann Wittenborg. Somit ernenne ich euch hiermit zum Bürgermeister der Stadt Lübeck. Der Lübecker Bürgermeister war einer der angesehensten Männer seiner Zeit. Erster Gratulant ist der Freund aus Gutländer Tagen, Brun Warendorf. Bürgermeister Wittenborg. Meine aufrichtige Anerkennung. Ich danke euch, mein treuer Freund. Möge euch Gott die Kraft für alle Prüfungen geben. Wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Brun Warendorf soll mit seiner Vorahnung Recht behalten. Der Reichtum der Kaufleute weckt Begehrlichkeiten. Und ruft einen König auf den Plan, der fette Beute machen will. König Waldemar von Dänemark möchte sein Land zur einstiger Größe führen. Und die Privilegien der Hanse kappen. Mit einer starken Flotte rüstet er für die Rückeroberung dänischer Ansprüche. Seine Landsleute nennen ihn Atterdal. Denn... Wir befinden uns hier mitten im Gründungsviertel. Das heißt also dem Bereich, den die ersten Kolonisten 1143 antrafen. Also hier ist wirklich die Keimzelle der Hanse. Hier hat sich der spätere, mächtige Hansebund gegründet. Hier sind die ersten Siedler eingetroffen und haben begonnen, ihre Häuser zu bauen. Und deren Grundrisse und Baustrukturen, sogar ganze Straßenzüge, werden wieder sichtbar. Die Keller, wo die Waren lagerten, bergen eine Überraschung. Die Fußbodenplatten sind aus Kalkstein, von der heute schwedischen Insel Gotland. Nicht aus dem nahen Segeberg. Schiffe waren damals das billigere Transportmittel. Und die versorgten die wohlhabenden Bürger der Hansestädte. Ein regelrechter Bauboom setzte ein. Steinreich war man im Mittelalter, wenn man sich Steingebäude leisten konnte. Gotländer Stein wurde auch beim Bau der Lübecker Marienkirche verwendet. Selbst für den Mörtel. Das höchste Backsteingewölbe der Welt nimmt es mit den Kathedralen Frankreichs auf. Ein stolzes Symbol städtischer Freiheit. Die psychologische Wirkung der Marienkirche für die Bürger der damaligen Zeit muss ungeheuerlich gewesen sein. Die normalen Menschen waren Holzhäuser gewohnt, höchstens Fachwerkebäude. Und kamen nun in einen riesigen steingebauten Raum. Das alles muss einen Eindruck gemacht haben, den wir heute nicht beschreiben können. Die Kirche der Kaufleute. Eine Kathedrale des Reichtums. In diesen Stühlen saßen die Ratsherren. Und hier wurde Johann Wittenborg getauft. In den Taufstein passen 406 Liter. Exakt so viel wie in ein hansisches Bierfass. Genau über den Plätzen der Ratsherren befindet sich noch heute ein höchst geheimer Raum. Hinter den mit sieben Schlössern gesicherten Türen liegt die Trese, der Tresor der Stadt. Hier verwahrte der Rat seine Urkunden. Einmal sogar die dänische Krone als Pfand. Seine Finanzkraft verlieh dem Kaufmanns- und Städtebund auch politischen Einfluss. Ihr weites Handelsnetz hatte die Hanse stark gemacht. Johann Wittenborg wird vom Vater früh in die weite Welt geschickt. Kommt her, der feinde Kaufmanns-Sohn. Könnt ihr euch wieder die Sprechwerke? So was ankriegt, so taucht ihr ja auch nicht. Eine harte Schule für die jungen Hansekaufleute. Doch die gehörten zu einer... Johann, ich muss euch sprechen. Ruhen seid ihr des Wahnsinns? Johann, es ist ertringend! Euer Vater! Mein Vater wird sehr stolz, wenn ich diesen dänischen Logen hier seine Fälle abknallt. Johann, euer Vater ist auf vier Tagen verstorben. Mein Bote, brachte mir die Nachricht. Gerade 17-jährig verliert Johann seinen Vater. Jetzt muss er in die Verantwortung. Eigenständig die Geschäfte auch mit den vier Auslandskontoren führen. Den wichtigsten Außenposten der Hanse. Mit eigenem Recht. Im Osten das russische Novgorod, das Tor zu Pelzen und Wachs. Und Importeur für viele Luxusgüter. Bergen ganz im Norden. In der spektakulären Fjordlandschaft Norwegens lag das Kontor Tüskebrüggen, noch heute die Deutsche Brücke genannt. Stockfisch war der Verkaufsschlager aus Bergen, der die Händler auf manches verzichten ließ. Nur Männer durften in dem Kontor leben. In Spitzenzeiten arbeiteten dort bis zu 2000 deutsche Kaufleute. Meistens Junggesellen. Auch in London, direkt an der Themse, besaß die Hanse ein streng organisiertes Kontor. Ein Außenposten mitten im Zentrum der Macht, in der Nähe des Towers. Frauen war der Zutritt verboten. Mit Wolle und Wein machten die deutschen Kaufleute hier ihre Geschäfte, privilegiert vom englischen König. Das Finanzkräftigste der vier Hansekontore war Brügge in Flandern. Der starke Hansebund konnte auch hier enorme Vorteile für seine Mitglieder aushandeln. Brügge hatte die erste Wall Street der Welt. Vor dem Sitz der Familie Börse wurden Geld und Anleihen gehandelt. Der Geburtsort der heutigen Börse. Das prächtige Haus der Osterlinge. So wurden die Hansen genannt, die Deutschen aus dem Osten. Die Hansekaufleute verdienten insbesondere eben im Austausch über den Fernhandel sehr stark. Sie konnten also Waren relativ kostengünstig, meistens Massenwaren, aus dem Ostseeraum exportieren und bekamen im Gegensatz dafür Luxusgüter aus dem Westen, zum Beispiel Tuche aus Flandern. Und hier lag die Gewinnspanne relativ hoch. Man hat also ausgerechnet, was war der Gewinn eines solchen Geschäftes. Man kommen also auf Verträge von 15 bis 20 Prozent. Man hinter dicken Mauern. Im Handstreich erobert Waldemar Zwölfkoggen. Die Gefangenen werden als Geiseln genommen. Der Krieg gegen Dänemark ist verloren. In der Festung Helsingborg kommt es zur bislang schwersten Stunde für den stolzen Bürgermeister. Er muss kapitulieren. Bürger, Söldner und mehrere Ratsherren sind in dänischer Hand. Der siegreiche König diktiert die Bedingungen. Wittenborg muss dem Waffenstillstand zustimmen, um mit dem Rest seiner Flotte und den Gefangenen nach Lübeck zurückkehren zu können. Der Waffenstillstand wird teuer erkauft. Mit dem Siegel akzeptiert er astronomisch hohe Lösegeldforderungen. Und das mögen Kaufleute gar nicht. Es ist die bis dahin schwerste Niederlage des so erfolgreichen Hansebundes. Die Kapitulation besiegelt auch das Schicksal des Johann Wittenborg. Krämer besiegen keine Könige. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden mächtigsten Männer des Nordens, hier in der Königsfeste, wird für den Bürgermeister Lübecks zu einer Demütigung. Die Auswirkungen der Niederlage für die Hanse waren natürlich enorm. Sie mussten für die Gefangenen ein horrendes Lösegeld zahlen. Sie hatten einen enormen Ansehensverlust. Zum anderen waren die Probleme, die zum Krieg geführt hatten, ungelöst. Die Situation in Schoen, wie eben auf Gutland, hatte sich damit nicht verbessert. Durch den Triumph der Dänen sind die Profite der Hanse weiterhin gestört. Bei der Rückkehr der besiegten Männer nach Lübeck passiert etwas Merkwürdiges. Wittenborg wird in Ketten gelegt. Ohne Nennung von Gründen und Anklagepunkten. Sein treuer Freund Brun Warendorp ist fassungslos. Warum? Niemand erfährt die Begründung für die Verhaftung. Der Rat ist eine Mauer des Schweigens. Wittenborg wird handstreichartig zum...